Alexa, wie ist das Wetter in Wien? In Wien beträgt die Temperatur momentan 1 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich auf- und abziehende Bewölkung mit einer Tiefstemperatur von minus 3 Grad. Alexa, spiel Weihnachtsmusik. Hier ist ein passender Radiosender, Popweihnachten, von Amazon Music. Alexa, spiel Songs von Rav Camora. Zufallswiedergabe der Songs von Rav Camora auf Amazon Music. Unter Palmen aus Plastik, am Meer aus Benzin. Ohne Saat aber macht nichts, drehe herum noch ein Rau. Wird ein bisschen kalt, wenn es Nacht ist, ich verbrenne mein Rui. Alexa, stopp. Danke. 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 Vielen Dank.